Unter Liangiu-Kultur versteht man eine Sammelbezeichnung für Grabfunde einer chinesischen Kultur des späten Neolithikums an der Südostküste Chinas. In den 1970ern und 1980ern entdeckten Archäologen im Gebiet des Taisee im unteren Yangtze-Tal in China spätneolithische Gräber. Sie stammen aus der Zeit zwischen 3400 und 2000 v. Chr. Man fand in diesen Gräbern mehr als 5000 Jade-Stücke. Darunter perforierte Scheiben und Röhren, diese sollen rituelle Objekte gewesen sein, die der König verlieh. Ihre Verwendung hing mit der Verehrung von Himmel und Erde zusammen. Die meisten der Jade-Steine bestehen aus Nefrit. Auf ihnen sind Kreaturen abgebildet, die, da man davon ausgeht, dass der Gebrauch von Metall noch fremd war, aller Wahrscheinlichkeit nach Metallfisch-Szenen eingeritzt wurden. Die Ausgrabungen zeigen die große Bedeutung, die Jade zu jener Zeit in dieser Region hatte. Aus dem Text Zuli, welcher in etwa zwischen 400 und 300 v. Chr. entstanden ist, ist zu entnehmen, dass diese Jade-Objekte auch während der Zheou-Dynastie noch Verwendung fanden. Bedeutende Städten der Liangiu-Kultur sind die Fenschen-Städte, Yaosan-Städte, Zhuhang-Städte, Sidon-Städte, Mochi-Aosan-Städte und die Huiguan-Schen-Städte. Bedeutende Städte